Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch wieder über das Wochenende in einem kleinen Vlog mit. Wir fahren nämlich ab Montag in den Urlaub und ich dachte mir, bei den ganzen Vorbereitungen und generell noch so was das Wochenende jetzt ansteht, nehme ich euch einfach mal wieder ein bisschen mit. Generell werden wir dann denke ich über den Urlaub verteilt recht viel vloggen und Videos filmen und ich freue mich schon drauf. Wir haben auch schon ein paar Food-Neuheiten jetzt gefunden und dachten uns, die filmen wir dann einfach, wenn wir auf der Fahrt unterwegs sind und Bock haben was zu snacken. Da freue ich mich auch schon drauf, sind echt ein paar Neuheiten zusammengekommen und ich dachte einfach, ich nehme euch jetzt übers Wochenende halt in einem kleinen Vlog mit. Deswegen viel Spaß bei dem Video. Heute ist Freitag, ich arbeite jetzt noch entweder bis Mittag oder ich mache heute ganz normal bis 15 Uhr rum. Das habe ich mich noch nicht so ganz entschieden, das entscheide ich dann spontan, je nachdem wie ich Lust habe. Auf jeden Fall arbeite ich heute noch mal und dann muss ich mich echt heute das Wochenende jetzt noch um einiges kümmern, bevor wir los machen. Wir müssen den Kühlschrank noch aufbauen, wir müssen die Wäsche noch ansetzen, wir müssen noch aufräumen, die ganze Wohnung staubsaugen und noch mal putzen, weil ich einfach gerne ordentlich habe, bevor wir in den Urlaub fahren. Ich fahre am Wochenende noch mal zu meinen Eltern. Genau, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar organisatorische Sachen für den Urlaub machen. Ich muss die Kühlschrank noch aufbrauchen, also die ganzen Reste, die noch da sind. Wir müssen aber auch noch mal einkaufen gehen, ein bisschen was für den Urlaub organisieren. Es ist noch ein bisschen was zu tun, also wir haben echt noch viel vor jetzt am Wochenende, aber ich freue mich drauf, weil nur noch heute und dann haben wir es geschafft. Ich trinke jetzt auf jeden Fall erstmal noch meinen Proteinshake und mein Käffchen und dann mache ich mir dann irgendwas später, wann was zum Frühstücken. Ich habe bis jetzt noch nicht so richtig Hunger. Ich habe noch ein bisschen Ananas von vorhin gesnackt, der Rest war jetzt leider nicht mehr so gut und ich freue mich einfach auf Feiern, weil ich habe super viel zu tun und muss echt auch einiges erledigen und deswegen freue ich mich produktiv zu sein heute. Ich kümmere mich jetzt erstmal fix um die Wäsche. Wir haben hier nämlich überall in der Wohnung noch ein paar Klamotten verteilt. Ich glaube, man kennt es. Irgendwo liegen immer ein paar Socken von Robin rum oder Sportklamotten von mir. Wir müssen noch drei Maschinen machen jetzt am Wochenende, weil wir die Klamotten dringendst für den Urlaub brauchen. Ja, ich weiß nicht, wir haben dann bestimmt vielleicht auch in Italien mal eine Möglichkeit, eine Maschine irgendwo anzusetzen oder Wäsche irgendwo zu waschen. Vielleicht reichen die Klamotten auch, aber wenn es so warm wird, dann müssen wir täglich Klamotten wechseln und Robin hat begrenzte Oberteile, ich sage es euch. Es wird schon schwierig werden und das Bad, so schlimm sah es echt noch nie aus. Ich sortiere das jetzt alles nochmal und mache direkt dann gleich eine Maschine an, dass ich die aufhängen kann nach Feierabend, dass wir wenigstens schon mal eine gemacht haben, weil die muss ja noch trocknen bis Montag, die ganzen Klamotten. Ich sortiere das jetzt einfach mal und dann mache ich gleich eine Maschine ready. Mein Paket ist angekommen. Ignoriert bitte, wie ich aussehe. Heute ist wirklich echt gammel-Look. Ich habe bei Purely bestellt. Ich habe mich davor eigentlich immer gedrückt, weil ich die Preise schon echt relativ toll finde. Die hatten aber gerade irgendwie so ein Sale und mit so einem Rabattcode von der Influencerin, dachte ich mir, bestelle ich jetzt einfach mal, weil ich die Ketten super schön fand. Und das ging jetzt echt schnell, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal ankommt vor dem Urlaub. Ich habe mir ein paar Kleinigkeiten bestellt. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass wenn ihr Geburtstag habt, euch nichts einfällt, was ihr euch wünschen könntet und das ganze Jahr einfach verteilt hat man so viele Ideen und so viele Sachen, die man sich gerne kaufen möchte. Let's me. Die Schachteln sind richtig schön. Und zwar habe ich mir eine Kette, glaube ich, bestellt. Noch eine Kette und, boah, richtig schön. Und zwei Anhänger. Ah, ja, die ist richtig schön. Jetzt habe ich mir so eine Perlenkette bestellt. Ich liebe es. Die sieht richtig schön aus. So, ich dachte mir, das passt ganz gut für den Strand. Und irgendwie, ja, ist es dann die geworden. Ich konnte mich zwischen einigen Sachen nicht entscheiden und habe mich dann aber für die paar Sachen entschieden. Ich glaube, ich mache die gleich ein bisschen enger, weil ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn die enger anliegen. Boah, richtig pretty. Ich hoffe, ihr seht alles. Der Vorhang ist hier ein bisschen... Das ist jetzt das Engste. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein Stück enger gehabt. Wobei, wenn man den Hals anspannt, ist es schon relativ eng. Boah, ich finde die richtig schön. Das ist Kette Nummer eins. Dann habe ich mir noch eine zweite bestellt. Die ist auch richtig schön. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt zu der so gut passt. Die hat hier so ein paar Goldplättchen. Auch richtig pretty. Die habe ich mir noch bestellt. Ziehe ich dann später, glaube ich, mal an. Mal schauen, ob das zusammenpasst. Ich mag das nämlich immer, wenn man so ein paar mehr Ketten hat. Halt nicht zu viele, aber so, dass es noch richtig schön aussieht. Und dann habe ich mir zwei Anhänger bestellt. Fand ich auch richtig süß. Konnte ich mich noch nicht so richtig entscheiden. Deswegen habe ich dann einfach beide bestellt. Die haben auch irgendwie 10 Euro gekostet. Die waren gerade reduziert. Und zwar einmal für die Kette, die ich von Robin schon mal geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Ich habe mir so ein kleines R bestellt. Sieht man es? Da. Ja. Ähm, fand ich irgendwie ganz cute. Ja, dass ich das quasi so an die Kette mache, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Da muss man aber echt aufpassen, dass man die nicht verliert. Und dann habe ich mir noch ein anderes Charm bestellt. Das ist auch richtig süß. So eine kleine Blume. Würde sogar zu der Kette passen. Fand ich irgendwie ganz niedlich. Oder halt an die Goldkette, die ich von Robin schon habe. Äh, sieht man es? Jetzt. Da. Irgendwie auch ganz süß. Konnte ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Jetzt sind es die vier Sachen geworden. Also richtig niedlich. Unbezahlt. Wir haben wie gesagt alles selbst bezahlt. Aber ich wollte es mal testen. Und es ging tatsächlich echt schnell. Und ich bin gespannt, ob das wirklich das hält, was immer alle versprechen. Und dass den Urlaub übersteht. Aber ich glaube, ich habe dann keinen Bock am Strand immer die ganzen Ketten abzulegen. Sondern ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man dann so Beach-Girl-mäßig ganz viel Schmuck hat überall. Finde ich irgendwie ganz schön. Jo, die lasse ich gleich dran. Die sitzt richtig gut. Happy, dass es noch vom Urlaub angekommen ist. So, ich habe mir jetzt ein schnelles Mittagessen gemacht. Noch eine richtige Resteverwertung. Halber Burata. Mit noch so Tomatenseller, den ich im Kühlschrank hatte. Den gibt es jetzt noch dazu. Also einfach nochmal ein bisschen Pimp mit frischem Rucola, einer Tomate noch. Bisschen Burata oben drauf. Und dazu gibt es noch die letzte Lauchenstange, die wir da hatten. Und eine Tasse Tee. Wir haben uns einen Pizza-Grill gekauft. Oder Pizzaofen. Oder wie auch immer. So ein Mini-Gas-Stein-Ofen-ähnliches Teil. Gab es im Aldi. Robin hat den gerade geholt. Und bis jetzt sieht es ganz nice aus. Oder? So richtig hier so mit so einer Vorrichtung. Hier geht die auf. Einfach nur so. Klappen. Haha. Erst an der Seite hast du die Gas-Line. Da kommt dann überall Feuer raus. Mit Thermometer-Gedöns. Und ja, müssen wir bei den Eltern mal testen. Stimmt, hier sind noch solche, hier ist noch so eine Pizzaschaufel dabei und ein Stein. Pizzastein. Haben wir eigentlich schon einen da, aber der funktioniert bei uns nicht so gut. Wir haben den schon mal ausgetestet. Und der hat ja auch direkt die Form, die dort reinpasst. Ganz cool. Wir werden das jetzt zwar vor dem Italien-Urlaub, denke ich, nicht mehr testen können. Aber vielleicht probieren es meine Eltern aus und berichten dann. Beziehungsweise, ja, haben wir dann nachher noch Zeit. Ich hoffe, dass der ganz nice ist und es äh, hält, was er verspricht. Nice. Wir waren nochmal schnell bei DM und haben das Nüteste gekauft. Also zumindest die Sachen, die noch gefehlt haben. Und zwar einmal Rasiergel. Dementsprechend auch Rasierkling. By the way, habt ihr Erfahrungen mit so Lasergeräten? Ich hatte mich überlegt gehabt, mir so ein Teil zu bestellen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wenn ich den Namen finde, blende ich euch den mal hier ein. Den hat eine Freundin von mir und die meinte, die kann das empfehlen, weil man macht das, ich weiß nicht, sechs oder zehn Wochen hintereinander. Also einmal in der Woche immer. Und dann irgendwann sind die Haare halt weg. Die können dann zwar wiederkommen, aber halt nur ganz leicht. Und dann macht man das einfach im nächsten Sommer halt wieder. Aber halt vielleicht nicht so oft oder nicht so viel. Aber zumindest hat man dann eben den ganzen Sommer Ruhe, was Beine rasieren und so weiter angeht. Und ich fände das super nice. Erstens mal ist es halt auch wieder ein bisschen nachhaltiger. Und dann spart man sich halt das ständige Ätzende rasieren. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, lasst mich es gerne mal wissen. Aber ich bin mir halt immer ein bisschen unschlüssig, ob das wirklich so gesund ist, die Haut so zu lasern. Ja, oder ob man das vielleicht professionell in einem Laser-Dings, also in so einem Studio machen soll, wo die das halt direkt auch machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sich Robin auch noch ein Fasierkling geholt. Dann habe ich mir noch ein Shampoo geholt, weil ich nehme ja eigentlich festes Shampoo immer. Aber das finde ich für die Reise irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt einmal so ein ultrasensitiv Shampoo geholt, was möglichst schonend ist. Dann haben wir zweimal Sonnencreme mitgenommen. Da bin ich auch ein bisschen unschlüssig, ob die so gut sein soll. Ich habe jetzt einfach die von, ja, DM genommen. Also da wollte ich mich eigentlich auch mal ein bisschen informieren, weil da ist ja auch so ein bisschen Streitthema, ist Sonnencreme so gut und wenn ja, welche? Und wenn ja, wie oft und wie viel und keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt einfach mal zwei davon geholt. Sicher, sicher. Und dann noch zweimal Mascara. Und ich wollte eigentlich noch Taschentücher holen und Feuchttücher. Aber das hole ich dann im Rebe noch oder so oder keine Ahnung. Wir müssen eh nochmal einkaufen gehen. Das habe ich jetzt nicht gefunden, auch die Schnelle. Und wir wollten eigentlich auch ein Food-Naheiten-Video drehen, wenn wir auf der Fahrt unterwegs sind. Oder vielleicht schauen wir es auch noch am Wochenende. Ich habe nämlich hier echt viele Food-Naheiten gefunden und dachte mir, das schreit irgendwie nach einem Food-Naheiten-Video oder kann ich nicht dran vorbeigehen. Deswegen habe ich hier einmal Hanuta Tiramisu mitgenommen. Sieht richtig geil aus. Die habe ich spontan im Rebe entdeckt. Einfach so Burrito-Style-Chips. Dann habe ich noch gesehen, gibt es neue von diesen Crunchy-Ringel-Dingern. In Kokosnuss. Toffee-Fee-Kokosnuss gibt es auch noch. Und es gibt auch noch den Hanuta-Riegel in Kokosnuss. Die drei Sachen wollte ich eigentlich noch kaufen. Mal schauen, ob ich den auch irgendwo finde. Und es gibt von Almigurten einfach einen Bubble-Tea-Joghurt. Habe ich letztens irgendwo gesehen. Vielleicht finde ich den auch noch. Das wäre richtig cool, weil der klang sehr nice. Aber da muss ich nochmal auf die Suche gehen, ob ich die finde. Und von Monte gibt es ja auch zwei neue Energy-Sorten. Ich glaube zwei. Ich weiß es nicht. Die wollten wir auch noch testen. Und die habe ich auch noch gefunden. Raffaello-Kokos-Ananas. Bin ich auch sehr gespannt. Schreit nach einem guten Ehalten-Video, würde ich sagen. Also wenn es schon online ist, schaut gerne vorbei. Die haben wir getestet. Das sind super geile Sachen dabei. Ich werde das ganze Zeug jetzt mal irgendwo hinstellen, wo wir es schnell wiederfinden. Am besten im Bad schon mal so alles ein bisschen raussuchen, was wir alles so brauchen. Das wird nichts vergessen. Und dann schneide ich Videos. Wir haben jetzt schon die Wäsche aufgehangen. Ich gehe dann später einkaufen und eventuell heute Abend noch ins Fitti. Aber die erste Waschmaschine ist schon mal fertig. Das ist ganz gut. Also es ist schon einiges noch zu tun. Kleiner Snack. Nebenbei schneide ich noch ein paar TikToks fertig. Ich muss nämlich Speicherplatz auf meinem Handy shoppen. Riesengroßer Nachteil, dass man hier keine externe Speicherkarte einfügen kann. Ich habe 128 GB frei oder so. Ich habe noch so viele Videos, die ich noch schneiden muss, dass mein Speicherplatz einfach voll ist. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich von den Videos fertig zu schneiden, dass ich die alle nacheinander löschen kann. Richtig nervig. Dazu schaue ich ein bisschen selbst. Aus Neckenriegel. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Wie man unschul erkennen kann, war ich gerade duschen. Ich habe gestern Abend eigentlich nur noch Video geschnitten, war dann gestern nicht mehr im Gym. Ich gehe eventuell noch Sonntag oder halt dann nicht mehr vorm Urlaub. Ich will mich damit jetzt auch nicht so stressen, wir haben genug andere Sachen noch zu tun. Wir sind jetzt schon seit halb zehn oder so wach. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Runde Sport gemacht, war duschen. Und jetzt bereite ich gerade Frühstück vor. Da wollte ich jetzt gerade Frühstück vorbereiten und mache noch so eine kleine Resteverwertung. Hinten koche ich nämlich schon die ganzen Eier, die wir noch da haben. Dass wir die für die Fahrt ready haben. Und ich verbrauche jetzt noch ein paar Bananen und ein bisschen Obst für einen kleinen Smoothie. Wir haben nämlich hier noch reichlich Bananen da. Die ich jetzt einfach mal verwerte und mal wieder einen kleinen Smoothie mache. Eigentlich hatte ich mal wieder richtig Bock auf so einen Schokobananen-Smoothie, aber wir haben keinen Backkakao da. Und ich muss noch ein bisschen meine Beeren auftauchen. Deswegen jetzt so. Auf jeden Fall mache ich da erstmal eine Banane rein. Aus dem hätte man richtig gut Bananenbrot backen können. Fällt mir gerade ein. Dann habe ich noch ein bisschen Grünspinat da. Grünspinat. Noch ein bisschen Spinat. Dazu mache ich Wasser erstmal. Das muss nämlich eigentlich unten rein. Dann haben wir noch reichlich Quark. Den babbere ich jetzt auch einfach mal hier rein. Das ist noch relativ viel. Aber dann ist der immerhin auch leer. So, dann knallen wir ein bisschen Pfeffer rein. Und Kurkuma. Auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser. Und ein paar geschrotete Leinsam. Da steht hier aber auch gerade drauf. Kurzer Kameraswitch. Für die guten Omega-3-Fette. Pretty. Unser Tiefkühlfach ist nämlich richtig frostig mittlerweile. Das müssen wir unbedingt mal abtrauen. Dann noch ein bisschen Ashwagandha. Sparen wir uns nämlich heute die Tabletten. Und dann noch was von dem Chaga-Pulver. Ich bin sehr gespannt, ob man das krass rausschmeckt oder wie das riecht. Hat irgendwie so einen undefinierbaren Geruch. Sieht ein bisschen aus wie Kakao. Und davon ein Teelöffel täglich. Mit 250 Milliliter Wasser einnehmen. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier an den Smoothie ranmache. Mache ich vielleicht einfach an mein Wasserglas. So, das war es eigentlich schon. Ich glaube, mit den Beeren kann ich dann vielleicht sogar noch ein paar ranhauen. Mixen wir. Richtig perfekt gewonnen. Und ready ist unser Prühstück. Prühstück ist ready. Der ist übrigens richtig, richtig gut geworden. Sehr nice. Die perfekte Süße. Dazu habe ich mir eben wieder bei der Koro bestellt. Gibt es noch ein paar Nüsse. Und ich versuche jetzt mal dieses Chaga-Pulver zu echsen. Ich habe das jetzt doch in Wasserglas vermischt. Mal gucken, wie sich es trinken lässt. Mal gucken, wie sich es trinken lässt. Wir sind in New York und sind immer ein bisschen was zu shoppen. Und hier gibt es so viele schöne Sommerkleider. Und auch Kleider, die ich im Büro anziehen kann. Das Gute ist, ich habe eine Leggings angezogen. Das heißt, ich kann die einfach so drüber schmeißen. Wie schön bitte ist dieses Kleid. Ich liebe es. Also wenn es jetzt weitergeht, dann bin ich arm. Jetzt habe ich auch nochmal ein Grau mitgenommen. Jo. Und hier noch ganz, ganz viele. Mal schauen, wie viele davon jetzt passen. Auf jeden Fall liebe ich die Farbe. Ja, richtig schön. Das Kleid war irgendwie so super schön. Ist auch richtig schön stretchy. Fällt hier unten richtig schön. Aber das hat so einen riesen Ausschnitt. Das ist leider, ja, too much. Ich finde, dafür braucht man halt Oberweite. Und das sieht bei mir einfach richtig plump aus. Das ist schon eine 36. Also eine Nummer kleiner wäre dann wahrscheinlich schon wieder zu oben. Ja, schade. Das Kleid finde ich eigentlich richtig schön. Das ist nicht so Robin sein Stil, aber ich finde es ganz cute. Ja, ist halt schöner, wenn man ein bisschen gebräunt ist und nicht so blass wie ich. Das macht mich irgendwie noch blasser als so schon. Und siehst du nicht, mit ein bisschen der Oberweite wird es, denke ich, auch ganz süß aussehen. Man sieht halt aber alles durch. Das sieht man jetzt hier gar nicht so, aber man ist wirklich komplett durchsichtig. Das heißt, es würde wirklich nur am Strand in Frage kommen. Aber irgendwie finde ich es richtig süß. Ich glaube, ich nehme das mit. Richtig schön. Ich bereite jetzt Abendessen vor. Wir haben vorhin noch Bubble-Tee getrunken und noch ein bisschen was in der Stadt geholt. Zeige ich euch alles morgen. Wir waren jetzt nochmal schnell bei Aldi und haben noch ein paar Sachen gekauft. Ich nehme mir gerade schon ein bisschen Rohkost. Kommt noch ein bisschen Gurke dazu. Dann haben wir so ganz viele Gemüsessticks. Dann habe ich hier von zu Hause noch meinen Tomatensalat mitgenommen. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit so viel Tomatensalat gegessen, die schon lange nicht mehr. Noch mit dem restlichen halben Burrata und Feta hatten wir noch da und Rucola. Genau, Asamico-Dressing, wie halt immer. Richtig gut. Den stehe ich jetzt gleich in den Kühlschrank. Dann habe ich hier noch einen Gurkensalat gemacht. Den lasse ich jetzt auch noch ein bisschen im Kühlschrank durchziehen. Und hier drüben bereite ich jetzt so eine richtig schöne Snackplatte vor. Mit hier solchen Salzkrackern, die wir geholt haben. Leider gab es keinen Ofenkäse mehr. Deswegen haben wir jetzt hier so Krüllkäse gekauft. Aber der ist in so Folien. Ich denke, das wird auch ganz gut werden. So Feta. Den machen wir dann hier noch mit oben drauf. Dann mache ich gerade noch ein paar Weintrauben fertig. Und dann haben wir auch noch so Käse am Stück. Oliven und eingelegte Paperoni, Gewürzgurke und sowas. Servieren wir dann alles zusammen. So ein richtig schöner Antipasti-Abend. Da freue ich mich drauf. Das bereite ich jetzt noch schön vor. Noch ein bisschen Brötchen geholt. Ich habe hier eine Laugenstange für meine Schwester noch gemacht. Ah, richtig geile Walnussbrötchen. Und das allerbeste, frisch gebackenes Chiabatta-Brot vom Aldi. Boah, richtig gut. Es gab leider kein anderes Baguette mehr. Deswegen jetzt Chiabatta wird richtig nice. Boah, schaut mal, wie gut die Platte jetzt aussieht. Guacamole, eingelegtes, so richtig schön lecker, würziger Käse, Weintrauben, Cracker, Walnüsse und die beiden Käse-Dinger. Ruhst du mal noch das zweite Kissen, Papa? Boah, geil. Hallo, ihr Lieben, back at home. Ich war ja von gestern zu heute bei meinen Eltern. Es ist jetzt schon, ich bin nicht um zwei oder so. Ich bin ganz entspannt gefrühstückt. Jetzt bin ich nach Hause gefahren. Ich hatte Porridge zum Frühstück. Ja, und dann bin ich mit meiner Mom noch kurz unterwegs gewesen, habe meine Schwester zu einer Freundin gefahren. Und jetzt bin ich zu Hause. Es ist jetzt, wie gesagt, gleich um zwei oder so. Ich wollte euch ja noch kurz zeigen, was ich für Klamotten gekauft habe. Tatsächlich, eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Fast Fashion und ich gehe auch super selten shoppen. Aber wir haben wirklich noch ein paar Sachen gebraucht. Robin hat leider nichts gefunden. Ich habe ja tatsächlich eigentlich fast alles gefunden, was ich brauchte, außer jetzt eine Sonnenbrille. Da hole ich mir dann einfach in Italien eine. Da nehme ich auch einfach eine ohne Stärke, nur dass man so ein bisschen Schutz wenigstens hat und vielleicht noch eine Cap oder so. Ich habe tatsächlich auch eine Cap gefunden, die war richtig schön. Die war so hellblau, babyblau. Aber die hat einfach 40 Euro gekostet und das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, dafür, dass ich die Marke nicht mehr kannte. Deswegen habe ich die dann da gelassen. Auf jeden Fall waren wir eigentlich bloß bei New Yorker und bei Bershka und bei Polymbia haben wir dann beide nichts gekauft. Und bei Bershka habe ich hier so eine richtig schöne Shorts gefunden mit so Cutouts und das Nice, was ich halt finde. Die hat an den Beinen relativ locker ist, also das schneidet nicht so in die Oberschenkel ein. Da habe ich nämlich eine noch da. Und auch vom Farbton her finde ich die richtig hübsch. Dann habe ich die einfach mal mitgenommen und dann hier noch so eine andere, so eine leicht, die hat so einen richtig leichten Stoff, so eine Shorts. So eine ähnliche habe ich auch schon, die ziehe ich immer zum Sportmachen an. Aber die finde ich vom Schnitt her noch ein bisschen schöner. So richtig schön luftig. Das will ich jetzt auch alles noch waschen, dass ich das mit in den Urlaub nehmen kann. Ich habe nämlich auch noch hier zwei Badeanzüge mitgenommen. Eigentlich wollte ich noch ein Bikini kaufen, aber es hat sich irgendwie angeboten, dass ich noch einen Badeanzug gefunden habe. Da kann ich nämlich ganz entspannt einfach mit dem Badeanzug auch mal ans Meer und fühle mich dann nicht so unwohl mit meinem Bauch. Auf jeden Fall bindet man quasi hier so, ich kann euch ja in die Teilen dann mal zeigen, wie es angezogen aussieht. Also ist halt hinten rückenfrei und dann wie gesagt halt ein Badeanzug, also Bauchbedeck. Der hat gekostet 18 Euro, fand ich jetzt voll okay. Habe ich einmal in Schwarz mitgenommen. Ja, den wollte ich eigentlich in Weiß haben, aber in Weiß war der einfach durchsichtig. Also man konnte einfach ab Bauch an einfach alles durchsehen und das fand ich jetzt nicht so nice. Deswegen habe ich den halt in Schwarz mitgenommen und dann habe ich noch so einen normalen, so ein bisschen sportlicheren. Der ist auch so ähnlich, auch wieder ein bisschen rückenfreier, aber nicht ganz so weit wie der andere. Ja, der ist halt Basic und Weiß, fand ich auch richtig schön. Und dann waren wir nochmal bei New Yorker und da habe ich ein paar Kleider eingesackt. Da muss ich sagen, da wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr stöbern, aber New Yorker hat jetzt nicht so die beste Qualität. Und ich habe eben nur gesehen auf TikTok, dass da super viele Sommersachen gerade im Angebot sind und auch die richtig schön aussehen. Und dass die richtig schön viele Kleider haben und ich suche ja immer gerne nach ein paar so knielangen Kleidern für die Arbeit. Dass ich halt, ja, nicht in Hotpants auf Arbeit gehen muss, aber auch nicht in einer Jeans. Und ich habe bis jetzt nur relativ ärmellange Kleider. Und deswegen bin ich voll froh, dass ich jetzt noch welche gefunden habe, die auch alle relativ günstig waren. Und die habe ich einfach alle mal mitgenommen. Einmal so ein Spaghetti-schwarzes Top-Kleid, Top-Kleid. Das finde ich ja, das ist mein Favorite. So ein schönes hellblau. Ich ziehe ja in letzter Zeit gerne so leicht baufreie T-Shirts an und in so schönen hellen Farben. Und irgendwie finde ich, dieses Babyblau, hellblau ist irgendwie meine Farbe. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt habe ich das einfach in so einem richtig schönen Kleid gefunden. Ich liebe es, das ist mein Favorite. Und dasselbe habe ich nochmal in so einem hellgrau mitgenommen. Und dann, was ich auch richtig schön fand, das ist aber tatsächlich nicht so Robin-Style, aber auch mit meinem Favorite. So ein richtig schönes Sommerkleid. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass ich noch nicht so den Summer Body habe, also nicht so gebräunt bin. Ich finde das aber ein bisschen schöner, wenn man so leicht bräunliche Haut hat schon. Und nicht so, ich bin halt einfach, ich bin so weiß. Das ist schon fast ein bisschen zu blass. Und da wirken so helle Farben halt irgendwie nicht. Aber das ist super schön. Also ich finde es richtig schön. Das gibt mir so richtig, weiß ich nicht, Italien-Weib. Sieht so aus in so einem Blümchen-Optik-Muster. Ich finde, das wirkt immer sehr schnell Granny-mäßig. Aber bei dem irgendwie null. Boah, das habe ich auch gerade festgestellt. Das ist ja noch nicer. Ich habe nämlich das Kleid angezogen, einfach so drüber geworfen. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Aber das passt perfekt. Also eine Nummer größer wäre nicht gegangen, weil dann ist das hier oben zu locker. Träger sind auch relativ locker, muss ich sagen. Die haben so einen Gummi, aber die sind relativ, naja, es hängt schon relativ weit unten. Aber jetzt habe ich hier gerade gesehen, dass hier einfach ein Reißverschluss an der Seite dran ist. Das löst alle Probleme. Also umso besser, dass ich das mitgenommen habe. Ich war doch echt ein bisschen skeptisch dann. Aber boah, das ist so schön. Es hat hier so einen richtig schönen Cutout an der Seite und fällt ganz locker unten. Und ich glaube für den Sommer am Strand, das war es eigentlich schon. Mehr haben wir nicht gekauft. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch keine riesen Shopping-Tour machen. Ich wollte einfach nur ein paar Sachen noch haben für den Sommer jetzt, weil wir ja doch schon relativ lange unterwegs sind. Und dann mit Wäsche waschen unterwegs ist, vielleicht auch ein bisschen doof, dass ich halt noch ein paar Klamotten habe dann. Was schönes, luftiges. Sehr nice. Die Sachen werde ich jetzt noch schnell per Hand waschen. Vielleicht mache ich auch noch eine schnelle Maschine. Mal schauen. Und dann hoffe ich, dass es noch trocknet. Ja. Und dann machen wir dann gleich los zu Robins Schwester. Wir müssen nämlich noch was abholen, was sie bei Ebay Kleinanzeigen bestellt hat. Mit dem Auto. Und dann zu ihr fahren. Und wenn wir dann wieder zurück sind, gibt es was zum Abendessen. Und ich mache mich jetzt in der Zwischenzeit noch schnell ein bisschen ans Video schneiden. Damit wir dann stattklar sind für später. Und Koffer packen, machen wir dann heute Abend in Ruhe. So, wir sind von Robins Schwester zurück. Ich habe jetzt noch das ganze Essen vorbereitet. Steht jetzt auch alles ready im Kühlschrank. Ganz viel Mehl gepreptes, damit wir alle Reste aufgebraucht haben. Und wir haben uns jetzt noch aus den restlichen Sachen Hotdog Pasta gemacht. Hat nämlich noch perfekt gepasst. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig schön cremig. Und dazu gibt es gleich noch den restlichen Reibekäse, den wir da haben. Sehr, sehr nice. Freue ich mich drauf. Und dann ist eigentlich alles fertig, außer dass wir noch packen müssen und den Geschosspüter noch machen müssen. Wir packen jetzt Koffer. Ich bin so am strugglen, was ich alles mit dem soll, weil ich immer einplanen will, dass ich ja genug Outfits mit dabei habe. Das ist immer so ein richtiger Struggle. Ich packe auf jeden Fall auch ein paar lange Hosen ein für alle Fälle. Ich glaube, da habe ich jetzt auch genug. Jetzt kommen die ganzen kurzen Hosen. So Leggin, Shorts, Hotpants in Massen, weil ich immer nicht weiß, was ich am liebsten antippen will und was zusammen matcht. Ich hoffe, dass der Koffer ausreicht. Ich hoffe, dass die Koffer ausreicht. Okay, jetzt wird es kritisch, weil jetzt muss man immer schon mal so ein bisschen denken, was ziehe ich alles an, was könnte zusammenpassen. Ich habe jetzt meine liebsten Oberteile rausgesucht. Ich finde, da sieht man im Schrank auch immer nochmal, welche Sachen man in letzter Zeit super selten getragen hat und welche man eigentlich entsorgen kann. Ich glaube, das werde ich machen, wenn wir wieder zurück sind und alles mal ein bisschen aussortieren, wo ich das eigentlich erst gemacht habe, aber naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier auch ein paar lange Sachen, ganz viele Tops, baufrei T-Shirts, Schlaf-T-Shirts. Ich glaube, ich nehme die Jacke mit zum drüberziehen und auch nochmal ein, zwei Pullover. Und dann habe ich hier drüben auch nochmal so Wohlfühl-Klamotten, also auch nochmal so ein bisschen lockere Oberteile, wenn ich mich wirklich mal nicht so wohl fühle. Ich weiß ganz genau, ich packe mir super viele Tops ein, weil es warm wird und dann im Endeffekt ziehe ich wieder irgendwelche Oversize-Klamotten an, weil ich mich unwohl fühle. Deswegen zur Sicherheit lieber alles einpacken. Ich meine, ich habe auch noch super viel Platz im Koffer und wir haben ja auch, wir sind ja auch mit dem Auto super entspannt. Die Schuhe haben wir jetzt schon in einen Extrabeutel gepackt, Verpflegung ist in einem Extrabeutel, also meine Laptop-Tasche noch separat und danach sollte hier eigentlich alles reinpassen, denke ich. Aber man muss schon echt auf einiges achten, was man mitnehmen will, wenn man drei Wochen unterwegs ist, weil, ja, für alle Eventualitäten. Naja, egal, packe jetzt mal fix ein. So, die Koffer sind soweit ready. Ich packe jetzt im Bad noch die Waschtasche zusammen. Das, was ich morgen auf die Fahrt anziehen, habe ich auch schon rausgelegt. Ja, und fühle mir das eigentlich gar nicht vorzubereiten. Dann sind die immerhin ready und jetzt kann ich mich noch ein paar Minuten ans Videoschein setzen. Und die Wäsche traust du leider noch nicht ganz trocken, da muss ich warten bis später oder bis morgen früh, dann packe ich das obendrauf einfach noch in den Koffer. Guten Morgen, ihr Lieben. Ignoriert bitte, wie ich aussehe. Wir sind gerade aufgestanden und sind jetzt schon noch die restlichen organisatorischen Sachen machen. Robben räumt jetzt schon die Wasserkästen von seinem Auto in mein Auto und schafft den Müll runter. Ich frühstücke hier gerade noch, damit ich die Dose, die ich erst mitnehmen muss. Habe ich mir jetzt überlegt, esse ich jetzt schon was? Habe ich auch schon mega Hunger. Ich muss noch zwei, drei Sachen aufwaschen, die wir jetzt gerade noch genutzt haben. Hier ist schon alles ready. Das kommt dann noch irgendwie in den Korb und in diese Kühltasche. Nehmen wir noch mit für die Fahrt an Essen. Genauso wie das Zeug, was hier noch im Kühlschrank drin ist. Genau, dann ist das ready. Ich habe jetzt gerade noch ein Video hochgeladen, weil ich mir dachte, wenn das WLAN im Hotel nicht so gut ist, habe ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten, Videos hochzuladen. Deswegen mache ich das jetzt noch. Das habe ich mich gestern noch fertig geschnitten. Gehe jetzt noch schnell die Blumen auf den Balkon. Und dann müssen wir hier noch die Wäsche wegräumen und die Koffer zumachen. Weil ich habe jetzt heute früh noch die restliche Wäsche gelegt. Die muss ich noch auf die Koffer richtig verteilen. Dann können wir die zumachen und das wegräumen. Dann ist es ja auch ready. Und dann geht es eigentlich gleich los. Wir müssen noch tanken gehen und nochmal Ölstand prüfen. Also generell nochmal an die Tankstelle fahren. Und dann geht es los. Drückt uns die Daumen, dass wir gut durchkommen. Ich melde mich dann die nächsten Tage in den Urlaubsvlogs. Ich möchte also an der Stelle jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und es war vielleicht ein bisschen spannend, euch über das Wochenende jetzt mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne öfter Vlogs sehen wollt, lasst mich es gerne wissen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten seid gerne im nächsten Video, wenn ihr mit dabei seid. Ich würde mich freuen. Jetzt kommen demnächst Urlaubsvlogs. Ich hoffe, ihr seid ready für Italien-Spam. Ich hoffe, ich kann die Zeit nach schneiden, wenn wir aus dem Urlaub wieder zurück sind. Und euch dann hochladen, dass es nicht alles zu zeitverzögert ist. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye! Bis dahin.